Es gibt immer wieder etwas zu optimieren mit einer Laufanalyse und das Lauf-Schuh-Segment wird sich konstant verändern und mein Körper auch. Ich gehe alle 2-3 Jahre in eine Laufanalyse, um die neuesten Schuhe zu sehen und meinen Körper darauf abzustimmen. Letzten Endes ist es mein Arbeitsgerät, ich muss gesund bleiben und ich muss schnell sein. Am wichtigsten ist, dass die Analyse unabhängig ist von der Marken, dass ich wirklich einfach das Beste kriege, das für meinen Körper da ist. Einen Hobbyläufer rate ich, dass er unbedingt mal in eine Laufanalyse geht, weil es gibt Experten für alles und dann braucht man ihn auch für den Laufschuh. Ich weiss nicht genau wie viele Schuhe ich im Jahr brauche, aber ich habe dauernd 6 im Einsatz. Und für jedes Terrain, für jedes Speed und für jedes Training braucht es eben einen speziellen Schuh. Eine Laufanalyse ist eigentlich für einen Profi oder einen Amateur das Gleiche. Der Schuh muss einfach an den Körper passen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.